Hallo, ich bin Captain Knoeke und ja wir sind wieder bei der Hunt Dog Call of the Wild. Ich hoffe das mit der Aufnahme funktioniert. Mein Rechner atmet ein bisschen schwer heute. Keine Ahnung. Ich hatte einen Tipp bekommen, findet ihr aber leider nicht mehr, weder im Guide noch irgendwie unter den Videos. Irgendwie doof, hätte ich jetzt gerne namentlich erwähnt, ich weiß auch nicht ob der Tipp Gold war, oder Gold wert war. Wir befinden uns hier in Willipec, und zwar direkt hier bei der Sehenswürdigkeit, die Höhlen von Willipec. Und wenn ich mich recht erinnere, wurde geschrieben, dass in den Höhlen befindet sich tatsächlich ein Artefakt. Nun, ähm, ich habe zuerst überlegt, warum bin ich denn hier nicht reingegangen? Ich glaube das ging irgendwie nicht, und da sehe ich das hier, das sieht doch eigentlich ganz gut aus, dass man hier reingehen kann. Ne, also geht der Knurke einfach mal hier ran und sieht, oh das sieht nicht so gut aus, dass man hier reingehen kann. Ja, jetzt ist die Frage, wahrscheinlich gibt es dafür noch einen Eingang unten, würde ich jetzt fast behaupten. Ähm, keine Ahnung ob ich die Aufnahmen hier hochpacken werde, weil ich habe auch keine Ahnung von mir hier rüber. Können wir hier einfach, ich glaube ja nicht, oder? Ich habe echt keine Ahnung, ob wir das da rüber schaffen, weil springen wird wahrscheinlich so nicht möglich sein. Können wir eigentlich hochspringen? Weiß ich aber eigentlich... Naja, nicht wirklich. Ähm... Ja, das ist jetzt die Frage. Kann natürlich sein, dass das Ding da drüben liegt. Ist hier aber auch nichts leuchten. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Hier am Rand kommen wir wahrscheinlich nicht wirklich lang. Hier rutschen wir... Ja, wir rutschen schon. Okay, seid live dabei, wenn der Knurke stirbt. Dann werde ich das Video sowieso nicht veröffentlichen. Weil dann habe ich da unten auch nichts. Okay, wir sind nicht gestorben. Es gibt scheinbar tatsächlich... eine Höhle. Okay. Äh... Pass es nicht. Seht euch das an. Eine weitere Vase in der Höhle von Minipack. Das ist unfassbar. Unbelievable. So, dann machen wir doch gleich mal einen Screenshot für unser, ähm... Ne? Sag schon. Äh... Für das Thumbnail. Ganz wichtig. Muss getan werden. Tut mir leid. Äh... Aha... Hahahaha... Ja, dann nehmen wir den einfach mal auf. Dann gehen wir mal den Gang hier entlang. Vielleicht findet man ja einen weiteren Eingang. Ähm... Der vielleicht weniger risikoreich ist oder leichter zu erreichen ist. Nehmen wir jetzt erstmal das Teil. Haben wir. 200 EP. Sehr schön. Eintrag zum Codex hinzugefügt. Ich bin begeistert. Vase Nummer 2. Oder wie nennt sich das dann? Wie nennt sich das dann? Läuft schon wieder ein bisschen langsam das Spiel. Äh... Wir sind im Pazifischen Nordwesten und wir haben gerne Artefakte. Ah... Ureinwohnertopf. Ja... Weiß ich jetzt nicht. Welchen haben wir jetzt geholt? Es sind doch die Locations weg im Moment. Sind die vorher nicht immer da? Gab's einen Patch den ich nicht mitbekommen hab? Naja egal. Auf jeden Fall ähm... Ja... Haben wir äh... Einen Ureinwohnertopf. Super. Trotzdem. Schauen wir erstmal... Wir gucken mal den Gang lang. Solange nehm ich euch noch mit. Weil sonst wäre das Video... Ja... 4 Minuten sind wir jetzt. So kurz ist es nicht. Und äh... Ich hoffe... Dass die Aufnahme auch was wird. Weil ansonsten wäre es ziemlich schade. Ja... Ich bin echt langsam. Ich leg mal den Hunter Mate weg. Gibt tatsächlich einen weiteren Eingang. Einen richtigen Eingang. Wir gehen mal bis dorthin und schauen mal auf der Karte wo wir uns befinden. Für diejenigen äh... Die... Das... Nicht wissen. Genau wie ich. Oder nicht gewusst haben. Dass es einen Höhleneingang gibt. Sicher einen... Also... Ja... Einen besseren als den die wir jetzt genommen haben. Einen sanfteren. Einen sichereren. Obwohl... Ja... Man stolpert hier manchmal über kleine Steine. Und ist sofort tot. Ja... Der Kajote... Äh... Der Kajote. Der äh... Hat auch grad Bock. Hier ist praktisch der Eingang. Und wir befinden uns exakt... Ah... Guck mal. Das sieht man auch auf der Karte einigermaßen. Ne... Hier ist die Sehenswürdigkeit. Wo wir ins Loch gesprungen sind. Und hier ist der Eingang. Hier sieht man auch diese leichte Aus... Grasung... Äh... Äh... Ne... Also es ist... Es ist... Naja... Erkennen wir, dass da ein Höhleingang ist. Ist es nicht. Es ist halt... Man sieht es halt. Man sieht, dass da irgendetwas ist. Ne... So... Gut. Äh... Ein weiteres Artefakt habe ich jetzt nicht. Äh... Ich habe noch einen Tipp bekommen für ein Geweih. Dann muss ich auch mal schauen, dass es auf der Hirschfelden. Ähm... Ja. Da müssen wir dann halt mal schauen. Äh... Ich glaube nicht, dass ich das hier dranhängen werde. Weil... Bei mir ist sie gerade sehr spät nachts. Und äh... Das soll auch nur... Eine Aufnahme sein, weil es gab jetzt eine ganze Weile kein Medium mehr. Äh... Schade. Hätte ich jetzt gerne noch gezeigt, wie ich den Koyote... Wie ist denn... Koyote-Knocke? Kannst du Koyote nicht aussprechen? Ist ja unfassbar. Egal. Wie denn jetzt bei 6 Minuten noch was? Ähm... Ich denke, das soll es gewesen sein, da das Spiel jetzt auch langsam wieder irgendwie mit FPS Schwierigkeiten hat. Ich glaube, mein Rechner ist einfach überlastet. Ähm... Der stirbt gerade. Ich danke fürs Zuschauen. Wie immer, ähm... Falls ihr noch irgendwie woanders Artefakte entdeckt, weil... Hier auf Dings muss es ja auf jeden Fall noch mindestens eins geben. Schließlich haben wir ja... U1-Wohnertopf 2 und U1-Wohnertopf 3. Das heißt, es müsste ja auch ein U1-Wohnertopf 1 geben. Es ist natürlich... Bäh... Es ist natürlich möglich, dass ich den... Vor einem Patch schon entdeckt hatte. Ich glaube, den habe ich euch gezeigt... In... Im... Im ersten Video davon. Wo ich euch eine leere Stelle gezeigt habe. Da habe ich was aufgehoben. Das war glaube ich auch hier auf der... Ähm... Auf der Lake-Karte. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Aber egal. Falls ihr da noch irgendwie was findet. Ahnung habt. Äh... Wisst was los ist. Ich würde mich freuen. In die Kommentare reinschreiben. Hilft immer. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und... Äh... Ja... Bis bald. Euer Captain Knocke. Tschö.... Vielen Dank.